Ah stimmt, das lädt ja erstmal eine halbe Stunde, cool. Mit einer Online-Sitzung von Cojón beigetreten. Wer zum Fick ist Cojón? Wir haben 50 fucking Minuten, das zu machen. Was willst du? Schaust du mich an, Alter? Ja, jetzt muss halt dieser fucking Spähkäfer kommen und wir sagen, wo ich hin muss. Weil ich nichts für mich selbst machen kann. Ich bin ein Wrack. Ey, Diabetes, chill mal. Warum bist du so schnell? Oh, da ist er. Ne, das ist halt nicht der Richtige, aber... Ich finde ihn so cool, Mann. Krass. Gib dir meine Nummer, okay? Und dann rufst du mich an. Ist cool. Miss Dickworthy. Miss, äh, das Miss ist stumm. Wohnst du da oben? Was zum Fick ist da gerade passiert? Kann ich dich einfach für immer stalken? Und einfach... Ich hab nur 50 Minuten, ich soll mal loslegen. Ich geh mal weg, okay? Tut mir leid, du hast meine Nummer, du rufst mich an. Alles cool, nice. Nice, okay. Er wird mich nicht anrufen. Heilig, Jana. Renn doch nicht weg, Alter. Ich will dich umbringen. Hm. Hier unten sterben, wär echt cool. Starten wir uns den, oder? Wie wär's? Habusch. Boots. Au. Fängt gut an. Gut, er schwebt. Aber ich bin... Ich schweb halt auch. Weißt du? Die Luft ist mein Zuhause. Ja, tun wir mal so, als würde es hier gerade gut laufen. Wie lange isst du das, Alter? Das ist ja real time so. Au, du Arsch. Hauf. Nein, hau nicht ab. Du fucking Wichser. Komm, bleib stehen, Alter. Ach, was zum Fick macht er da? Ich check das nicht mal. Egal, was hier passiert. Ich glaube, ich war im Schaden. Okay, jetzt greifst du mich auch ran. Let's go, Alter. Was hab ich dir getan? Oh mein Gott. Ja, ich werd halt zugeballert. Ist halt ein bisschen doof, wenn zwei Monster auf einen geargort sind, aber eigentlich nicht. Oh, jetzt sind alle drei da. Ja, also, also okay. Let's go. Was zum Fick geht hier ab? Ja, wer kämpft gegen wen jetzt? Ist das ein Free for All? Team Deathmatch. Oh, jetzt kommt er mit seinem fucking Snapshot. Ey, wenn es gut rüberkommt, das Foto, schick's mal. Ich meine, er hat meine Nummer. Sollten die nicht territorial miteinander umgehen? So halt auch gegeneinander kämpfen und so die Gang bangen mich. Ich meine nichts, dass ich dagegen hätte, wenn halt drei riesige Echsen mich wegbangen, aber halt, reden wir nicht drüber. Aber es geht ab, Mann. Und, ist es ein gut gewordenes Foto? Du ignorierst mich die ganze Zeit. Yo, da ist er. Und er denkt sich so, Bro, lass dich doch in Ruhe, Alter. Gut, wenn du kurz chillen kannst, ich muss mein Messer wetzen, okay? Cooler Typ. Ja, oder auch nicht. Das ist ein Arschloch, Alter. Hau doch nicht schon wieder ab. Was ist zu, Alter? Ja, komm, geht mir nicht auf den Sack. So einen kleinen Schwanz habt ihr. Let's go. Au, au, na dann. Ich meine, wir können uns doch einigen, oder? Vielleicht. Ich nehme nur einen Flügel von dir mit. Kannst du ein bisschen chillen, das ist okay. Da jetzt wieder hin, Alter. Kommst du? Bruder. Ach, es macht doch keinen Spaß, wenn ich die ganze Zeit verpisse. Oh nein, Koron hat sich zu verlassen. Koron, warum tust du mir das an? Wohin gehe ich da gerade? Was passiert hier? Wohin bin ich hier hingegangen? Oh, das ist nicht richtig. Hallo? Ich war ja noch nie. Was zum Fick ist das hier alles? Ich bin niemals richtig. Wo bin ich gelandet? Komme ich hier wieder raus? Nach Eon sind wir angekommen. Ah, pennt er einfach. Ja, deine Mutter ist so fett, Ligiana. Deine Mutter ist so fett, okay. Hör mal auf. Alter, ich habe ihn gerade an Scheinschaden gemacht. Ich habe gar nichts verstanden. Jo, der ist ja... Ich habe den ja richtig zugerichtet, Mann. Ich will gleich kurz vorbeirägen. Arschloch. Oh nein, Philipp. Philipp ist zur Online-Sitzung beigetreten. Schlechtes Timing, Philipp. Yo. Da hat gerade das Spiel wieder abgestürzt. Let's fucking go, Alter. Tut mir immer voll leid, wenn die tot sind, Alter. Ich meine, ich habe das halt getan, aber... Ja, let's go. So, gehen wir zum Teil der Verwesung. Das ist eins meiner liebsten Gebiete im ganzen Spiel, weil es einfach Tod und Verderben ist. Ich kann mir sehen, rote Frucht. Ja, grab ich mir. Und mit grab ich meine ich halt drei Meter weg von dem eigentlichen Ding. Geiler Arsch. Das ist echt ein bisschen unangenehm. Oh mein Gott, das ist geil, Alter. Krass. Ich habe komplett vergessen, wie er arg ist. Er hat Diabetes weggeboxt, Bruder. Das Ding ist wie eine Katze auf Steroide. Gut. Ich habe gerade fort den Arsch geslappt. Gott, war das knapp. Wäre halt cool, wenn du einen Schweif verlieren würdest. Oh Gott. Ja, ich bin direkt in seinen Maul reingeschammt, so. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Kümmer dich um Diabetes. Oh, jetzt kommt die Wespe. Kleine Fotze. Warum ist hier alles so scheiße? Ich meine, ich liebe dieses Tal, aber... Warum ist hier alles so... Oh yeah. Ich war gerade der fucking Kool-Aid-Typ, Alter. Was war das gerade? Ich so, oh yeah. Ich könnte mir halt seinen Schwanz jetzt grabben, aber ich glaube, das wäre maximale Entehrung, wenn ich jetzt vor seinen Augen den Schwanz loote, so. Oh Gott, der dreht wieder durch. Das ist basically eine Toilette, in der ich gerade kämpfe. Oh yeah. Alter. Let's fucking go. Schon wieder dieses... Oh yeah. Oh baby. Oh nein, Gyros entdeckt. Scheiße. Greift die sich gegenseitig an? Ja, oder er läuft die ganze Zeit in seinen Bauch rein, das geht auch. Können wir die ihm auf der Stelle Liebe machen, wenn er mich nicht umbringen wollen würde. Nein, bitte nicht. Hau du nicht ab. So ein Wichser. Oh, was will dieser Flugwichser, Junge? Niemand juckt dich. Ich verstehe ja, dass der Gyros mitmischen will, aber du kannst mich mal. Warum ist das immer so ein fucking Team Deathmatch? Läuft, läuft, läuft. Alter, guck mal, das war richtig gut. Oh Gott. Aua. Oh Gott. Ja, okay, auf einmal macht es ja noch Spider-Man. Ah, wie wär's, wenn du? Hab... Wursch. Wie wär's, wenn du? Habusch, Alter. Commentary, Junge. Ich hab grad einfach nur Panties gesehen, ich weiß gar nicht, was abgeht. Hat auch Ahoff. Ich hab mich schon angemacht, ich hab nicht mal gecheckt wie. Na, das arme Viech, Junge. Ah Gott. Ich mein, eigentlich nicht armes Viech, weil er kann mich mal, aber... Trotzdem. Endlich, alter Junge. Das war eine schwere Geburt. Dankeschön. Was zum Fick hat der Palikurat gemacht? Ich hab sogar den Schweig geholt, also ich hab jetzt auf jeden Fall gute Materialien. Und ich will halt mir unbedingt die Rüstung von dem machen, die ist so cool. Sicher gut gekämpft. Und er starb wie er lebte. Mit der Schnauze im Boden drin. Machen den Helm. Das ist cool. Er geht ab. Ah, jetzt hab ich eine Schnauze, jetzt bin ich ein Furry. Let's go. Cool, jetzt erkunden wir nochmal was. Das ist eigentlich ein guter Abschluss. Wir erkunden nochmal was. Adio, adio. Muss ich das nicht killen, jetzt? Ah ja, kein Rathalos. Alles klar. Hi. Oh, die Türen. Das ist irgend so ein fremder Paliko, oder was? Das ist der von Philipp. Wieder abgehauen. Wo ist der da hin? Boah, ala, Brudi, wo geht der hin? Yo, alter, wo so ein Fick ist der? Er will nicht gefunden werden, kann es sein? Da ist er. Ich hab ihn. Oh mein fucking Gott. Ich suche seit einer halben Stunde nach dem Wichser. Ey, Rathalos. Zeit zu sterben. Jetzt komm. Komm runter, Brudi. Hau doch nicht direkt wieder ab. Ey, der meint ist doch nicht ernst, oder? Der müsste jetzt gleich hier sein. Ich kann direkt killen. Der wird so fett nicht hier sein, oder? Der trollt mich halt mega hart. Yo, Brudi, der haut dauernd ab, Alter. Ich meine, schließe die Expedition. Oh, deswegen haut er immer ab. Ich muss die Quest einzeln annehmen. Ich hab eine halbe Stunde für nichts gesucht. Ja gut, wir können halt jetzt den Rathalos platt machen oder den Diablos. Ich glaub, ich würde eher den Rathalos machen. Ich hab da jetzt schon eine halbe Stunde gesucht. Wir machen den Rathalos jetzt. Auf euch, Leute. Auf euch. Das ist immer kurz davor, die Katze zu erschlagen. Aber das tut's halt nicht. Masun, du hast mich allein gelassen. Ich beheule. Du bringst mich zum Weinen. Ist der Rathalos überhaupt da? Ist er grad nicht zu Hause, oder was geht ihr ab? Da ist er doch. Ich seh ihn doch. Was haust du von mir drei Stunden lang ab? Alter. Alter, Brudi, endlich. Hi, was geht ab? Ich bin hier und greif dich jetzt an. Okay, cool. Danke. Fuck you. Kabusch. Oder auch nicht. Yo, alles klar. Na dann. Hä, kann man ja mal machen. So ein fucking Wichser. Wie, ich bin vergiftet. Wie zum Fick hab ich das hingekriegt. Und ich bin auch noch gedings. Bin so am Arsch, Alter. Krass, der bangt. Ja, Omas. Ich mach ihm Schaden durch den Baum. Verarsch mich nicht. Ey, hau bitte jetzt nicht direkt ab, okay? Natürlich haut er direkt ab. So ein Wichser. Oh, jetzt hab ich wieder zehn Jahre suchen. Oh, wie komm ich da hoch, Alter? Hi, was geht, Bruder? Kommst du runter? Ja, let's go. Hier. Boots, Alter. Ich mein, du erfüllst dieses ganze fucking Drachen-Klischee. Wie kann das sein? Den Feuer bellen und den Bum-Bum und dem ganzen Wüten sein. Au. Aber jetzt hat er mich grad umgeschubt. Wie wurde ich vergiftet? Äh, ja. Es wär schön, wenn er mich noch irgendwie angreifen lässt. Oder einfach nur leben lässt. So, das wär ganz geil. Gegen Gift wär ganz nice. Ja. Ein bisschen nicht sterben wär auch ganz geil. Na los, Junge. Wahoo. Hat er auf die Vagina gesumt, so. Bruder. Der wischt ja den Boden mit mir, Alter. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. In der Luft, in Ohmacht gefallen. Versteh immer noch nicht, welcher Part vom Rad hat das Gift gemacht. Alter, Giftdrüse. Ist ja ne Schlange. Hät's nie erfahren. Geiler auch. Okay, das ist das Nest für mich. Das ist okay. Bang deine Mutter jetzt. Yo, chill doch. Wie wär's. Er spaltet Feuer. Und der wahre Entkegner wird dann die Framerate. Was tue ich da? Fährt an ihm vorbeigesprungen so. Nice. Ich hab ihm den Ding weghauen. Den, äh, den Schwanz. Den Schwanz. Ich bin müde. Ich bin nur ins Bett. Wahoo. Chill einfach ein bisschen. Einmal chilligen machen. Und dann passt es. Ja, oder mich nur mit dem Feuerball wegbomben. Das geht auch. Bin auch angepisst und mein Schwanz einfach weg wäre. Vom Chilz jetzt noch bei dem. Er traut ihm nach, Leute. Ah, bleib stehen, du Arschloch. Er hat aber gehumpelt. Ich glaub, er ist kurz vorm Sterben. Wär halt cool, wenn er mal das nicht machen würde. Fuck. Ich glaub, die Kamera sollte nicht so sein. Wie das sich wohl anfühlen muss. So neben dem Hals von dem Rathalos zu landen. Nächstens so, boah, das ist eigentlich schon krass. Darf ich ihn küssen? Glaubst du, er merkt das? Oh Gott, die Framerate, Alter. Ja, dankeschön, Alter. Sehr underwhelming, aber ich bin froh, dass er dead ist. Ja, aber ich denke... Boah, es ist so fucking spät, okay. Ja, danke.